Petit Fleur stimmt in die Adventszeit ein. Dazu gehört auch die alljährliche Adventsausstellung. Zu bestaunen kann man am 12. November sowie am 19. November verschiedenen Raumschmuck, Adventskerzen und Gestecke jeglicher Art. Bei weihnachtlichem Ambiente kann man sich von 9 bis 16 Uhr nicht nur weihnachtlich einstimmen, sondern auch floristisch überraschen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017